Roach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand! Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen. Das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position? Positivpreis. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. So, Shepard will uns und Makarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. Vertrauen Sie niemandem. Alles klar. Ach, ich hab nur einen Sniper. Was soll'n das? Der Feind meines Feindes ist Part 16. Bin ich jetzt ganz alleine, oder was? Lonely, I'm so lonely. Na gut, dann muss ich mich durch diesen... ...dieses Schlafwettel durchballern. Zum Glück weiß ich, dass alle Gegner sind. Zusammen, aufbegeben. Los, los, los. Immer mit der Ruhe, ich hab' Zeit. Nein, warte, beim Rendern werde ich mich wiederhassen. Ein Flugzeugfriedhof sind wir jetzt, wo wir uns befinden. Oh, guten Tag. Da ist mein Begrüßungskomitee. Oh, hi. Komm, komm, hände den Container weg. So. Ich bin hier doch nur ein Zivilist mit einer Waffe. Oh, ein Hund. Ich hör' nur die... Hund? Wo ist der? Hä? Du? Schleicht sich von hinten an wie eine feige Sau. Hey, hey, hey. Konzentriert euer Feuer auf die Feinde und nicht auf mich. Makarov. Kennen Sie das alte Sprichwort? Guten Tag. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Sie werden sagen, dass das in beide Richtungen funktioniert. Schatter sind auf Position und Helfer auch hoch. Sie wissen, gut, dass es nicht mehr ist. Bam. Und hier noch ein Messer. Für dich. Bitch. Schleicht als Sakajef, wenn sie zuerst auskennen. Oh, lassen Sie sich nicht festzahlen. Sie müssen weiter nach Westen durchs Land. Ja, ja. Haha. Von hinten angeschlichen. Ich weiß, Pussy, aber egal. Ich darf das machen. Die anderen dürfen es nicht machen. Ich bin hier der Spieler. Ich muss hier umfliegen. Für eine Crash kriege ich nichts genug bezahlt. Hey, hey. Tja, wir haben mal Nahkampfwaffen zu benutzen. Höh. Höh. Hi. Jetzt gehe ich durch das Feuer. Hey, hey. Ich bin hier nur auf Durchreise. Ja, also lasst mich in Ruhe. Safe. Ich brauche jetzt ein Safe, wenn es geht. Safe. Hallo, Safe. Ah, da ist der... Ne, kein Safe. Das ist nur ein neues Missionsziel. Ah, hier ist der Safe. Sehr schön. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Immer mit der Ruhe. Ich wollte dich messern und nicht umgekehrt. Guten Tag. Hm. Oh. Oh, der fahren gelernt. Explodieren des Fahrzeugs ist klar. Ich wurde überfahren. So ist es. Ja, hier bin ich ja. Na komm. Ach, ich habe nur einen Sniper. Leute. Ah, ich habe auch keinen Sniper. Nur. Na komm's her. Hä? Ja, erstmal Reloading. Lern fahren, Idiot. Du bringst mich nach oben. Der kann wohl nicht fahren. Wo hast denn du fahren gelernt? In der Bootsfahrt schon. Und du vermisst es passt. Nikolai runter mit der Rampe. Wir kommen. Ach, jetzt versuchen wir in diesen Fluss. In dieses Flusszeug hier einzufahren oder was. Geh weg. Komm. Ihr stört's hier uns bloß. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Null zuschauen kann ich nur noch. Raus aus der Bratpfanne. Bis zum nächsten Part.